Heute wäre der Tag gewesen, an dem wir unsere Türen für euch geöffnet hätten. Für Kinder, Enkelinnen, Enkel, Neffen, Nichten und Patenkinder unserer Mitarbeitenden. Wir hätten euch gezeigt, wie wir bei der Post arbeiten. Und ihr hättet unsere Räumlichkeiten mit eurer Energie, eurer Neugier und eurer Begeisterung gefüllt. Ihr werdet eingetaucht in die gelbe Welt. Denn heute wäre der nationale Zukunftstag. Aber leider ist dieses Jahr alles anders. Wir müssen an die Gesundheit denken. An eure, aber auch an die unserer Mitarbeitenden und unserer Kundinnen und Kunden. Denn die Sicherheit und Gesundheit aller steht an erster Stelle. Doch auch wenn wir euch heute nicht bei uns begrüßen können, so wollen wir euch doch sagen, ihr seid die Zukunft der Schweiz. Ihr werdet die Schweizerische Post, unser Land, die ganze Welt mit euren Ideen, Innovationen und Entdeckungen bewegen. Darauf freuen wir uns. Und dabei begleiten wir euch heute und morgen in der ganzen Schweiz mit unseren spannenden Lehrberufen und vielfältigen Ausbildungen. Wir sind bereit. Lasst uns die gemeinsame Reise starten.